Er ist nicht nur Sänger, sondern auch noch Schauspieler mittlerweile. Johan Heck von Amon Amath. Schauspielernde Sänger bzw. singende Schauspieler? Da befindet sich Johan Heck natürlich in Westergesellschaft. Jared Leto, Jack Black, Jeannette Biedermann. Apropos schauspielernde Sänger, Jan. Hast du nicht auch mal bei Unter Uns mitgespielt? Woher weißt du das? Ja, jetzt ist es nichts. Der Film ist fertig und alles. Bist du froh mit dem, was es aussieht? Die Spiele, die ich gesehen habe, sind absolut fantastisch. Ich denke, es wird ein tolles Film sein. Ich habe gerade gehört, dass sie alle Editingen haben, die alle Effekte und alles. Also, jetzt ist es jetzt fertig. So, ja. Kannst du uns etwas Informationen geben, was das Film ist? Es ist natürlich ein Viking-Movie. Es ist ein Band von Vikings, die in Lindisfaun zu raiden, um Geld zu raiden, um Geld zu kaufen, um ihre Freiheit zu kaufen. Weil, für ein paar Gründe, die wir nicht wissen, haben sie verabschiedet. Und auf der Weg, ihre Schrift wird verabschiedet. Sie werden von Menschen attackiert. Und eine sehr franke Reise beginnt zu überleben. Es ist wirklich ein sehr intenser, schnelles Film. Also, große Battle-Szenen? Ja, mit viel Aktion. Und was ist deine Rolle? Ich habe eine sehr kleine Part, aber ich bin einer der Vikings. Hast du auch noch ein Kampf in den Aktionen gemacht? Ja, ja. Nein, nein, ich habe noch ein Kampf in den Aktionen gemacht. Es ist ziemlich anders, auf der Kamera zu performen, als live auf der Stelle. War das eine Herausforderung für dich? Ich weiß nicht. Ich habe es mit einem sehr örtlichen Händen gemacht. Ich hatte viel Hilfe von den anderen Aktionen, besonders von James Norton und Daryl da Silva. Der Direktor, der Claudio, war sehr gut und unterstützt, das war für mich notwendig. Ich habe noch nie etwas wie das gemacht. Ich war der einzige Non-Aktor in der Produktion, aber jeder hat mich in und versucht, mich zu helfen. Das hat mich mit allem gemacht. Aber eigentlich, du spielst dich selbst, oder? Ja, irgendwie. Ich meine, der Charakter ist auf meiner Stage-Persona, also, ja, in einer Weise. Ich spielte mich selbst. Aber ich meine, du hast versucht, etwas zu machen. War das nur ein One-Off, oder ist es kein Zukunft, mit dir und Hank als Aktor? Ich würde es gerne machen. Ich würde es gerne mehr Filme machen, definitiv. Ich hatte so viel Spaß, zu treffen und zu treffen, die anderen Aktionen und die Crew und alles. Das war großartig. Es war eine neue Welt, die mich aufbauen, und ich denke, dass ich ein ganz neues Respekt für die Akte-Profeierung habe. Ich habe sie vorher schon besprochen, aber sogar mehr so jetzt. Du wirst, wie viel eigentlich geht, um einen Charakter zu betrachten. Für mich, dieser Charakter ist einfach einfach, weil die Vikings sind etwas, was ich sehr über die Akte. Aber einige dieser Akte, die nicht wussten nichts über die Vikings, bevor sie in ihren Charakter. Die haben die Akte-Profeierung gemacht. Sie mussten sich auch auf die Akte-Profeierung machen, um sie zu schätzen. Und du kannst ihnen auch helfen, oder? Ich habe sie auch ein bisschen helfen, ja. Ich habe sie ein bisschen helfen, mit Dingen, die die Vikings machen würden. Oder aus dem, was ich gelesen habe und was ich weiß, über die Vikings. Würdest du in der Viking-Era leben? Ja. 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 Vielen Dank.